hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge und zwar vom Kamehamek Simulator 2021 und Jugo. Dann würde ich sagen schauen wir mal heute was wir für Projekte oder Reparaturen suchen. Was haben wir denn noch? Nehmen wir mal den herrn Kollegen. Schauen wir uns das einmal an. Leistung haben wir 310 PS, Bremsbeläge, Luftfilter, Kraftstoffpumpe, Ölfilter, Sommerreifen und so weiter. Bremsbeläge, ja ich würde das sagen. Bremsbeläge, dann die Ding. So, schauen wir mal. Wie geht es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Oh, oh wait. Ich bin jetzt nochmals dran mit dem Auto fertig. Ich wollte es mal jetzt noch einsteigen. Und da proben wir es mal. Dann ist der Auftrag beendet. Okay. 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 Okay.